Ich hab's nicht umgebracht, und ich auch umgebracht, das war doch wieder schön. verdammt nicht weit genug gesprungen ich habe ihn gesehen aber ich dachte das habe ich noch drüber nein du musst da drauf springen sonst kannst du doch die lums nicht einsammeln aua jetzt hast du mich schon wieder umgebracht was tust du ich habe keine aufmerksamkeit für y warum haben wir ihn noch nicht verfreit ich habe ihn nicht gesehen jetzt reich du hast dich damit abgefunden dass du einfach mitschwebst auch die davon kaputt machen das klappte ganz gut so lange dabei ist nun hier eigentlich der der aufgeblasen ist ich bin viel zu konzentriert gerade nein weil das reflexe sind nein warum warum haust du ihnen immer du musst darauf springt die weise die luma zeigen dir das doch sogar die luma zeigen dir den weg wohin die nur fliegen aber ich habe ein bisschen umgedrückt road to nowhere ja 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 genau mach es noch schlimmer wenn ich es nicht besser machen kann kann ich es wenigstens schlimmer jay schweinenasen die sehen alle fast gleich aus ob die unterschiedliche augen der eine hat wimpern der andere nicht und der drei auf kann man ganz collection so hat er nicht gesagt doch eine ganze collection sammeln sammelst du sammlungen oder was ja möchtest du keine sammlung ich habe ich das klingt so ruhig war das ist aber eigentlich nicht mal unlogisch wenn man halt mehrere sammlungen hat und das war wie ich sammlungen sammeln muss einfach nur gedruckt halten hier ist bestimmt was im wasser ich da ist melzik wird die was weit ich melzik wird Was war das? Das ist gar nicht so lang, aber warum bring ich den einen auf die Fresse? Der trifft! Nicht so leicht! Aha! Perfekt gezielt! Lack an mir, auf jeden Fall! Ich bin das einfache für Target für dich, deswegen bin ich nicht so da in die Richtung! Tschau! Beide einfach! Ey, was ist denn los mit mir? Meine Koordination ist nur bei Null! Schön, da bin ich in der Katze genau dabei! Oh Gott! Da ist es gefährlich! Da ist was, das ist ein Coin! Gern geschehen! Oh, das Ding hätten wir bewegen müssen! Ja, echt! Aber das Ding ist wieder oben! Nein! Was ist das? Oh Gott! Ich hab versucht dir zu helfen los, weil ich es dann erst gerallt hab! Sehr schön reagiert! Da hättest du zuhauen müssen! Warum haust du nicht zu? Du siehst den Typen da oben! Okay! Danke! Ahhhh! Check Team! Sie fliegt zehnmal dran vorbei! Ich denk, was tut sie denn da? Sie sind einfach solche Profis! Arschgeigen einfach alle Beine! Wir hassen uns einfach gegenseitig! Ahhhh! 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 Ne! 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 Ahhhh! Ahhhh! Warum bin ich denn da jetzt gesprungen, ich vollidiot? Nein, warum denn? Warum in der rein? Was tust du denn? Jetzt kannst du auch noch mal sterben. Jetzt hast du so viele Lumas verkackt. Okay. Warum? Ich will nicht sterben. Uns fehlen zwei Lumas. So ärgerlich. Drei sogar. Oh Gott, ist das so ein Level? Ich glaub, das ist so ein Level. Klingt irgendwas? Nein, das ist nichts. Du kannst hier durchgängig fliegen. Willst du? Kann ich nicht. Es bringt nichts. Vor allem, wenn du die ganze Zeit die Sprungattacke nach unten machst. Komm, ich hab halt keine Chance. Weil du die zu einer ganz anderen Zeit machst, während ich irgendwas ganz anderes noch mache. Ja, solche Level sind aber echt ein bisschen schwierig zu zweit. Das ist halt echt richtig hart. Was? Okay, einfach straight da unten durch. Das hat irgendwie funktioniert. Level 4. Willst du die oder nicht? Sie hat keine Fledermausse. Sie ist doof. Sie hat keine Fledermausse, also ist die hoch. Nein, ich komm noch nicht so dicht leer! Toll. Er sprintet sie einfach weg. Hier müssen doch noch irgendwo secret sein. Ihr habt einen Schwarm am Anfang übersehen. Oh no. Ich hab das Gefühl, wir haben 100 pro schon einen mindestens übersehen. Ja, hat Sleeky doch grad geschrieben. Einen Schwarm? Nein, ich meine einen... So ein König. Ich hab das Gefühl, da müssten auf jeden Fall secrets sein. Ja. Boah, sind wir Spezialisten einfach. Fuck you. Mehr sag ich dazu nicht. Ja, kein Problem. Ich guck grad so, hm, ja, kann man die eigentlich hauen? So weißt du? Und du so, hm, ja, ich mach jetzt einfach die Aufnahme. Jetzt sehen wir ja, ob wir einen übersehen haben. Ja, den ersten haben wir übersehen. Sag ich doch. Ja, wie sagst du doch? Ich hab das gesagt. Nee, du warst dran von wegen Ihnen, die den ersten Schwarm übersehen. Nein, das hast du gesagt. Ich muss mich verarschen. Na, wir haben es ja rekordet. Na, sehe ich ja am Ende. Legit du. Also, du hast gesagt, weil Sleepy das gesagt hat. Aber wir haben auch einen Schwarm am Anfang übersehen. Das stimmt schon. Aber... Oh Gott. Was passiert hier? Wir haben auch Viehfresse bekommen. Und wie. Wir haben die Königin übersehen. Nooo. Ich finde das aber schon interessant, wie Chili einfach vergisst. Was sie selber gesagt hat. Ich vergesse alles, Simon. Ich hab ja auch dein... Ich war so weißer. Du hast erst mit dem Schwarm gesagt. Nein, du hast es gesagt. Nee, glaube ich nicht. Aber sie hat es halt selber gesagt. Ich verstehe es nicht. Oder nee, denn das ist eindeutig du gesagt. Ich denk so, hä, nein. Und ich checke es halt wirklich einfach nicht. Ich merke es halt nicht. Ich hab das auch manchmal im Stream. Dann sag ich irgendwas. Und dann kriege ich ne Antwort da drauf. Und dann denk ich mir so, was hab ich denn gerade gesagt? Worum nimmt das denn jetzt Bezug? Scheiße. Das denk ich mir so oft, ne? Frühzeitiges Alzheimer. Ja, ehrlich. Kann sein, ich kann zurück. Ich könnte es hier runter. Aber ist ja egal. Jetzt haben wir noch mal ne neue Chance. Was ist da? Ach, da. Keine Ahnung. Ich hau dich jetzt. Jaaa. Hey, das war gar nicht so scheiße. Einfach ein bisschen rumgeboren. Ich hab's drin im. Nee, 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 nee. Toll, du hast die Cutscene gefehlt. Ich musste die skippen, weil ich grad am sterben war. Da oben sind Secrets. Danke. Da oben sind Secrets. Oh ja, das ist wieder was für dich. Oh, da sind Worn. Warum hört sich der Frosch an wie ne Kräge? Weil's ein Grosch ist. Oder eine Frähe. Eine Frähe. Oh Gott. Slow. Ey. Ich schaff das noch. Okay, du aber anscheinend, ich war nicht zu perfekt war. Ich hab jetzt gar nichts mehr verstanden gerade. Schade. Warum hast du den denn nie aufgedacht? Schade, das fliegt so gut. Sechs die genial ist halt echt so. Was? Warum nur zweimal? Achso, weil hier Wind ist. Das Problem ist, ich schaff das da nicht alleine. Ja, ich will dir ja auch eigentlich helfen. Ja, gut. Ich hab' geholfen. Ich hab' geholfen. Falls ihr nicht mal die Looms einsammeln kannst hier, obwohl man dafür gar nichts drücken muss. Jetzt hol' du das Ding. Ich bleib' hier. Gut. Bliegt doch nicht weg! Du fliegst an allem vorbei! Ich geh' zurück! Stirb! Wir verpassen, sonst so viele Looms. Verdammt, jetzt ist noch letztes Arschloch. schon wieder so viel also ich finde rayman wirkt nicht so bedrohlich mit seinen fäusten ich bin dann wirklich nicht so bedrohlich mit seinem Helm, weil dem dadurch die Mimik fehlt jetzt mal immer links gucken da ist doch nix, brauchst du träumen Junge ja das weiß du doch nicht ist der Bild nein der gibt uns diese Gebrauchshandschuhe Secrets warum kann ich den die Stamm-Attacke nicht machen ey es geht halt nicht ultra ärgerlich ich will die direkt aus dem Spiel genommen ich will die direkt nochmal aus dem Spiel genommen ich geb auf ich geb auf kein Spiel für mich kein Minigame für mich du schlägst immer mich ich weiß oh ja Chili's Winkel ist gut BATCH oh Gott no das war's nein nicht das war voll knapp neiiiin ich hatte alles im Griff komischerweise ständig häusliche äh ständig häusliche äh Spielgewalt das ist richtig ich bin auch schon wieder tot oh Gott noch hat's funktioniert jaaa schon wieder gewonnen ohne was zu machen von Abend was hat meine Nase jooockt why das war damage was auf Wiedersehen aber du lebst sogar noch ja ich sogar wir müssen die Looms richtig einsammeln damit wir genug kriegen ich muss erstmal die Gegner beseitigen niemaaaals ok mach keinen auch häusliche Gewalt gibt's ja auch aber immer nur gegen Simon ja auch wenn ich nix getan hab ja du meinst dann immer du hast nix getan nein auch wenn der äh Vogel irgendwas getan hat dann werd ich aufgehauen Mary Batsch Batsch ja und ich krieg den Hint ab aah ich hab's versucht los du musst es schaffen yeah jaaa alle drei that was fast wuhu wie soll man das denn in 40 Sekunden schaffen ok geht's vielleicht wir schaffen sonst kann ich nicht beschaffen Applaus 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 deine Hände frei ich hab aus der Seen A gedrückt Speed I am Speed Aua das ist kein Speed Level das ist ein Glide Level außer wenn man die Loomacht einsammeln muss außer wenn man die Loomacht einsammeln muss passiert aber auch verdammt bei manchen muss man halt einfach gucken wie weit man kommt man man ja genau die blöcke der Typ neuer ne anderer typ stimmt der hat ne Nabennase und fahre den anderen haben wir auch auf den mond geschossen Ja. Sonst kommt anscheinend ein Boss. Eine riesige Kröte. Miehehehe. 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 Oh, bitte. Sprudelst du dann? Oh. Einmal kurz in den Sprudel reinfliegen. Da ist ein Typ. Wir haben es verkackt. Ich habe es versucht und wir sind gleichzeitig gestorben. Besser so. Warum rennt ihr denn nach oben durch? Nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Run, Toad. Warum hat der den Gobbler-Sound? Stieb. Der Gobbler. Ja, er hat den Gobbler-Sound von Don Stark. Wuhu. Na, are you stuck? Und der nächste Planet ist jetzt bewohnt. Dr. Seudbert. Wuhu. Auch erstmal wieder in den Speine-Arsch rein. Dann tut der jetzt neben dem anderen. Tatsächlich. Ich spiele ein ganzes Orchester. Ja, ist ehrlich so. Oh, nee. 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 Oh Gott. Ja, unmöglich. Oh Gott. Ich hab mir den Arsch bespucken. Tadaa, Blümchen. Die Musik ist super, ist ehrlich so. Die Musiklevels sind sowieso die besten. Aber das fand ich jetzt weniger intuitiv irgendwie. Ich fand das sogar mehr intuitiv als das zuvor. Ey, ich hab mehr Dinger als du. Was ist denn los? Ja, wir laufen ja fast gleichzeitig. Ja, aber ich war mehr tot. Ja, was soll ich machen, wenn du in mir bist und du die halt einsammelst? Einfach nur im Takt bleiben, ja. Du hast einfach immer noch kein Taktgefühl. Nein, Gott. Deswegen bist du die ganze Zeit gestorben, weil ich kein Taktgefühl hab.